Musik Musik Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gemeinden, liebe Zuschauer. Momentum findet das zweite Mal in Bautzen statt und bei Momentum, im Momentum, treffen sich Menschen, die alle in christlicher Verantwortung Gutes wollen. Lassen Sie sich darauf ein, kommen Sie nach Bautzen, um Gespräche zu führen, die uns Kraft für die Zukunft geben. Hey, liebe Freunde, ich bin Alex von den O-Bros und ich möchte euch einladen zur Momentum-Konferenz in Bautzen diesen Oktober. Wir O-Bros werden mit dabei sein und ein richtig fettes Konzert mit euch abfeiern. Hi, ich freue mich riesig auf das Momentum in Bautzen im Herbst, weil Gott hat echt etwas vorbereitet. Er hat etwas vorbereitet für die Oberlausitz, für Ostsachsen, für alle, die kommen. Und es ist genial. Wenn meine Frau etwas Gutes kocht, dann wartet sie beim Mittagessen, bis alle am Tisch sind. Und wenn alle am Tisch sind, dann bringt sie das gute Essen heraus. Und so erwartet auch Gott, bis wir alle zusammenkommen in Bautzen und dann bringt er das, was er vorbereitet hat. Es ist etwas Unglaubliches, Besonderes, was passiert, wenn Menschen in einer Region zusammenkommen und die gleiche Vision haben. Ich bin total begeistert über Momentum Bautzen und freue mich, bei euch mit dabei zu sein, wenn wir sehen werden, wie einfach hunderte von Menschen Leidenschaft für Jesus haben, und sich gemeinsam ausstrecken nach dem, was Gott in eurer Stadt, eurer Region tun kann. Es ist mir wirklich eine Ehre und ein Privileg, zu euch zu kommen, zu euch sprechen zu können. Und freue mich, wenn du noch nicht angemeldet bist, mach das noch 11. bis 14. Oktober Momentum Bautzen. Wir sehen uns da. Ich freue mich riesig auf die Zeit dort und hoffe, dass ich dich dort sehe. Bis dann. Ciao. Und wir sind in den letzten Monaten viel rumgereist durch ganz Deutschland, aber es gab kein Bundesland, wo wir so sehr diesen Erweckungsdurst und so sehr diesen Heiligen Geist gespürt haben. wie bei euch in Sachsen. Und deswegen freuen wir uns richtig darauf, dabei zu sein. Momentum Konferenz. Ich bitte dich, nimm alle deine Freunde mit, lade deine ganze Gemeinde ein. Das wird ein richtig großes Event. Und ja, jetzt ist die Zeit. Das ist das Momentum. Sei dabei. Wir freuen uns drauf. Ciao. 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 Ciao.